Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ganz was anderes. Es wird sehr technisch, sehr interessant. Bleibt auf jeden Fall dran, weil ich glaube, dass es den einen oder anderen auch interessieren wird. Und zwar, wir machen heute das erste Video mit unserem Simulator. An der Stelle vielen Dank an Case King fürs Zusenden von noch einem Monitor. Wir haben euch das Setup ja schon vorgestellt und in dem Moment, klar, hatten wir nur zwei Monitore. Man hat so ein bisschen Halo-Formel-1 mäßig genau in der Mitte einen Strich gehabt, aber nur so lernt man fahren, weil man muss mit dem einfach fahren, was man kriegt. In dem Fall, jetzt haben wir einen dritten Monitor. Das Setup hier ist noch ein bisschen provisorisch. Einfach erstmal auf Funktionen gebaut, weil ich habe immer gesagt, wenn das Ganze mir Spaß macht, werden wir diesen Rig so umbauen, dass ich am Ende denke, ich sitze im Abbad. So, da der Abbad aber aktuell auch eine neue Sitzposition bekommt, haben wir gesagt, wir fahren erstmal nur so, haben das Ganze auf ein paar Schreibtischen, auf ein paar alten Sachen platziert und haben jetzt drei Monitore am Start. Was machen wir heute? Ich schnappe mir meinen Paid Driver hinter der Kamera. Nico, der mich auch sehr motiviert und gerne hier fährt. Ich bin mega motiviert. Und weil ich glaube auch, es kommt echter und sympathischer rüber, wenn das Ganze jemand anders beim Fahren moderiert als ich selber, weil ich selber weiß ja, was ich sagen will, aber ich will es von jemand anders hören, weil wir werden nämlich heute Folgendes machen. Wir schnappen uns den Bilster Berg, wir schnappen uns ein Frontantrieb Auto. Ich habe dafür ein Opel Astra ausgesucht. Opel Astra. Opel Astra, ja, aber schon so ein TCR-Auto. Und fahren mal verschiedene Setups und gucken, was das Fahrgefühl und die Zeit sagt. Das Coole ist, das Ganze ist online. Das heißt, nach diesem Video könnt ihr euch selber das gleiche Auto schnappen und könnt die gleiche Zeit auch versuchen zu fahren. Im Raceroom. Im Raceroom, genau. So, und jetzt muss man dazu sagen, in dieser Leaderboard Challenge ist es folgendermaßen, das ist aber auch gut so, die Reifentemperatur spielt keine Rolle. Das heißt, man fährt immer mit 85 Grad Reifen, was setupmäßig geil ist, weil man das Setup somit einfach nur auf dem perfekten Reifen auslegt. Im Real Life, ich habe ja mit Arbeit das Problem gehabt, muss man eigentlich das Setup so einstellen, dass die Reifen auch vernünftig warm werden. Das heißt, wenn dieses Video geil ankommt, ihr da Bock drauf habt, machen wir das nächste Video, Setup in Kombination zur Reifentemperatur. Heute geht es aber erstmal nur rein, zu zeigen, dass man diese Setup-Veränderung tatsächlich am Simulator merkt und man das Auto schneller bekommt. Weil ich finde es nämlich cool, Nico hat setup-technisch wenig Plan gehabt. Gar kein Plan eigentlich. So, und auch er war begeistert, wenn ich so ein paar Sachen rumklicke, dass man es tatsächlich beim Fahren sofort merkt. Das heißt, wir richten uns mal kurz ein, öffnen den Raceroom, nehmen den Opel und den Bilsterberg und dann geht's los. So, und los geht's. Also, wie ich sagte, wir haben den Opel Astra von Kisling Motorsport. Sagt ihr Kisling Motorsport was? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Das ist der Opel-Tuner früher gewesen. Okay. Ja, so zu Manta-Zeiten und so. Kisling Motorsport war wirklich Legende. Ist TCR-Klasse. Ihr könnt, wie gesagt, diese Zeit live online auch fahren. Singleplayer, dann Leaderboard-Challenge und dann auf Bilsterberg und nur mit diesem Auto logischerweise, ne? So, jetzt gehen wir hier einfach mal rein. Das Lenkrad fühle ich hier schon mal. Ja, aber das ist auch nicht schlecht, ne? Und dann gehen wir als nächstes erstmal ins Setup rein und stellen den Opel mal, soweit es geht, auf Serie ein. Also nicht das, was uns das Spiel jetzt gerade vorschlägt, sondern... Sondern eher so ein Straßen-Setup, oder? Ein Straßen-Setup, ne? So, das heißt, Straßen-Setup heißt schon mal Bremsbalance 50-50, weil können wir eh nicht einstellen beim Straßenauto. So. Reifenmischung können wir zur Sekunde nicht einstellen. Ist einfach so. So. Front, jetzt geht es nämlich los. Stabi, natürlich, ein Serien-Stabi ist immer weich. Das heißt, wir würden den Stabi mal... Na, okay, das ist nicht ganz richtig. Dafür bräuchten wir jetzt vom Hersteller die Werte. Aber ich weiß, dass man einen Stabi gerne weicher macht als Serie, so wie ich beim Abarth auch gefahren bin. Das heißt, wir lassen den Stabi mal in der mittleren Stellung. Weil Fakt ist, das Auto hat serienmäßig einen Stabi. Das heißt hier auch... So, nächste Sache, Vorspur. Heißt, wie stehen die vorderen Räder? Zu oder offen? Serienmäßig ist bei den Autos tatsächlich die Spur schon offen. Vorne, bei allen Frontantrieb-Autos. Allerdings nur minimal. So, das heißt eigentlich, ja, Gesamtspur 0,1 auf ist okay. Ach so, das heißt Minus ist quasi offen und Plus ist zu. Genau. Und man hat vorne schon ein bisschen auf. Reifendruck können wir jetzt gerade nicht einstellen, weil ich sagte ja, Temperatur der Reifen ist egal. Somit auch, äh, somit auch das. Wir wollen das jetzt nicht zu vertiefen. Deswegen würde ich auch vorschlagen, Federraten lassen wir auch. Stabi und Federraten machen wir erst mal so, wie es ist. Weil alles, was ich hier jetzt ändern würde, könnte ich jetzt nicht vergleichen mit der Serie, weil ich die Seriendaten von der Serienfeder einfach auch nicht habe. So, eine Sache, die aber Fakt ist, die maximal anders ist Bodenfreiheit. Natürlich maximal hoch. 11 Zentimeter, also wir können hier eh nur von 8 bis 11 verstellen, aber wir machen einfach mal 11, so wie ein Auto serienmäßig ist. Und den Radsturz können wir hier auch krass verstellen, allerdings nur von 3,8 bis 5,5. 3,8 ist für serienmäßig viel zu viel. Serienmäßig hat man eher so ein Grad. Deswegen, das lassen wir mal so. Und die, 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 die Fahrwerkseinstellung, High- und Low-Speed, Druck- und Zugstufe, ist auch so ein Punkt, ja, würde ich dann eher, um das jetzt nicht zu weit ins Detail machen, würde ich erst mal so lassen. Und wenn du dann sagst, du hättest es gerne ein bisschen mehr so oder so, dann eher. So, hier ist allerdings viel entscheidender. Einmal Stabby hinten. Bei einem Opel wird definitiv weicher sein in der Serie. Das heißt, den machen wir definitiv auf ganz weich. Weil es kann sogar sein, dass so ein Opel gar keinen Stabby hinten hat. Die Golfs hinten zum Beispiel hat teilweise auch keinen Stabby. Da wird aber auf jeden Fall serienmäßig ein weicher Stabby. Und jetzt kommen wir zur nächsten Sache. Vorspur. Das Auto wird original hinten die Spur zu haben. Man macht immer so ungefähr 0,2 die Spur zu hinten. Heckflügel auf Minimum, weil original hat das Ding logischerweise gar keine Aero. Federrate lassen wir wieder so, wie es ist. Bodenfreiheit machen wir maximal hoch. Wobei maximal hoch ist nicht korrekt. Genau, weil wir haben jetzt vorne 11 cm. Das heißt, wir machen hinten einfach mal auch 11. Weil eigentlich sollte so ein Auto ja schon gleichmäßig stehen. Radsturz hier auch 4 Grad. Gehen wir runter bis auf 3, weniger geht nicht. Ist eigentlich auch viel zu viel. Serienmäßig haben die so ein halbes Grad hinten. Flügel auf Minimum und fertig. So, jetzt kommen wir zu dem Allerentscheidendsten. Hier unten Sperre. Wir können die Übersetzung leider nicht einstellen. Wir können nur zwei Sachen einstellen. Wir können einmal einstellen, wie viel ist die Sperre überhaupt vorgespannt. Original hat so ein Auto ein offenes Diff. Das heißt, die ist gar nicht vorgespannt. Die machen wir hier mal auf 0. Und dann können wir noch die eigentliche Sperrwirkung dann einstellen. Aber ist bei 0 Newtonmeter Vorspann doch eigentlich auch egal, oder? Eigentlich auch egal, aber wir setzen es trotzdem aus dem Minimum. Boah, das wird krass vom Fahren ja gleich. So, und jetzt gucken wir einfach mal. Und fahren los. Jawohl. So, wir sind hier mal wieder am Bilsener. Also ich werde auch bewusst wirklich probieren, jede Runde so schnell zu fahren, wie es geht. Ja, also das Gute ist, muss man jetzt fairerweise sagen, Nico ist wirklich schon jetzt ein paar Runden hier gefahren. Bilsterberg, das heißt, er ist da jetzt schon fit. Realistisch ist aktuell Rundenrekord Bilsterberg, TCR, Frontantrieb, Ben Fricke gefahren. Von Dirk der Sohn, eine 1,44. So, das heißt, in die Bereiche muss man mit so einem Auto eigentlich kommen. Was halt jetzt cool ist, man fährt auf die Strecke drauf und hat sofort Reifentemperatur erreicht, um auch gar nicht erst Reifen warm zu wollen. Jetzt fährt schon sehr weich alles, aber natürlich trotzdem noch Rennauto, ne? Also erstes Gefühl, bevor ich was sage, wie ich das Auto sehe. Auto an sich fährt halt sehr gut. Ist ein TCR, wird es auch immer bleiben. Und dadurch, dass wir jetzt alles so, wie sagt man, unscharf gemacht haben, ist es auch eigentlich leicht zu fahren. Also es gibt einem sehr viel Sicherheit. Also ich probiere schon wirklich zu pushen. Aber tendenziell eher untersteuern, übersteuern, gutes Feedback, schlechtes Feedback, Einlenkverhalten. Schlechtes Feedback und wie du gerade siehst, noch ziemlich am untersteuern. Untersteuern, ja. Also ich höre auf jeden Fall, wie die Räder immer am Quietschen sind. Also sobald du ein bisschen auf dem Gas bist, dreht halt ein Rad durch. Ah, jetzt noch ein bisschen. Ah, super. Jetzt muss man ja dazu fairerweise sagen, dass die Rundenzeiten zählen ja eh nur, wenn man innerhalb der Track Limits bleibt. Das heißt, sobald man ein bisschen über den Curb gefahren ist, zu weit, wird die Rundenzeit gesperrt und wird eh nicht gewertet. Das heißt, die Runde eben war eh schon raus, weil du schon mal einmal irgendwo im Curb gefahren bist. Das heißt, du musst jetzt eh weiterfahren. Was denkst du so vom Gefühl her? Wie potent ist das jetzt gerade? Willst du eine Zeit hören? Ja, du wirst du so. Boah, vielleicht eine 46, 47. Ist jetzt natürlich wirklich schwer zu schätzen. Aber sonst fährt es schon sehr ähnlich auch zum Golf-TCR. Zum TCR, ne? Ja. Boah, die ist etlich. Also als Beifahrer finde ich am krassesten merkt man halt, wie die Sperre vorne halt nicht arbeitet. Und der halt wirklich, wenn man das Auto so gar nicht mehr in die Kurve ziehen kann, Gas geben. Und selbst ich als Beifahrer werde schon fast sehr sehkrank, weil er wirklich gefühlt so weich ist und so schaukelt, dass das schon krass ist. Und halt erinnert mich so ein bisschen an das Fahrverhalten auch von meinem Abarth in den Zeiten, wo ich erstmal auf safe das Auto haben wollte. Weil die Chance, dass das Heck kommt, ist ja eigentlich gleich null. Also man erhofft sich ja schon beim Frontantrieb, dass das Heck wenigstens ein bisschen schon in die Kurve rotiert. Und das haben wir jetzt gerade gar nicht. Ich habe übrigens gerade den Live-Vergleich gehabt. Sachsenring vorher noch nie gefahren. Live, also am Simulator vorher so eine halbe Stunde mit einem vergleichbaren Auto gezockt. Und es ist tatsächlich so, dass das verdammt nahe in der ersten Runde dann auf dem Sachsenring schon rankommt. Gar nicht jetzt die Zeit, sondern einfach nur Strecken, Breite, Empfinden, Curbs und so weiter. So, das sieht doch, also geil ist, Nico ist schon so viel gefahren, dass wir wirklich von vornherein verlässliche Werte in Bezug auf Linie und Zeit und so weiter haben. Das heißt, ich glaube, wir brauchen noch immer gar nicht so viele Runden zu fahren. Okay, das war jetzt noch 1,48. So, was denkst du, willst du noch eine weitere Runde fahren? Noch ein bisschen? Also eine können wir übrigens nochmal machen, ne? Wir können nochmal eine machen. Die erste war jetzt 1,48.2, was tatsächlich schon relativ nah an meiner Arbeitzeit kommt, 1,51. Dafür, dass alleine hier Reifen auf Temperatur sind und das Getriebe einfach geil ist. Gegenüber meinem Haarschaltgetriebe sieht man dann doch schon mal, wie schnell meine 1,51 eigentlich war. Also klar, drei Sekunden sind Welten. Klingt, als wenn du so Sommerreifen drauf hast. Ja, so ein Allwetterreifen. Also wir haben auf jeden Fall schon mal eine Frage an euch. Vielleicht gibt es von euch einen RaceRoom-Experten. Seitdem wir das 3-Monitor-Setup aufgestellt haben, kriegen wir nicht mehr im Spiel angezeigt, wenn wir über die Track Limits hinaus sind. Man sieht es zwar an der Zeit jetzt gerade, dass sie weiterläuft. Minus 0,5 waren wir im ersten Sektor schneller. Das heißt, die Locher sind die Track Limits nicht überfahren. Das ist halt wirklich wie im Real Life, man sieht einfach gar nichts. Man sieht wirklich, wenn du über diese Kuppe kommst, gar nichts, gar nichts. Ich sehe im Spiegel den Geist, also die Runde vorher, die passt. Okay, ich habe jetzt doch schon nochmal ordentlich... Ja, aber jetzt sieht die Linie richtig gut aus, also das passt schon 0,7. Sieht so einfach aus, ne? Aber wenn man selber fährt, muss man schon hart immer konzentriert sein und gucken. So, da ging auf jeden Fall nochmal was. Zack, 0,88 nochmal schneller. Das heißt, wir geben mit Setup Nummer 1 mit einer 1,47,3 ins Rennen. Was hättest du gerne anders? Also was hättest du gerne, dass das Auto besser machen könnte? Wo denkst du, lässt du aktuell viel Zeit liegen? Traktion in den Kurven vor allem. Das Auto ist sehr am Eiern. Traktion in den Kurven heißt beim Beschleunigen oder beim Einlenken? Beim Einlenken. Beschleunigen aber auch, da merkst du es halt mit dem Differenzial. Also eigentlich könnten wir jetzt mal das Basis-Setup auch schon was machen. Genau, das wäre jetzt auch das Nächste. Ich wollte nur so ein bisschen raushören, was du gerne anders hättest. Aero, finde ich, merkt man fast gar nicht. Also da wünsche ich mir auch irgendwie gar nicht mehr. Ich glaube, das macht am Ende nur langsamer. Ist auch die Strecke halt, ne? Ist ein bisschen die Strecke natürlich plus Aero. Ein TCR hat ja immer ein bisschen Aero, ob man das jetzt zustellt oder nicht zustellt. Genau, ja. Okay, also tendenziell Kurve rein, Kurve raus. Bremsen ist okay? Ja. So, das heißt, wir machen jetzt einfach mal folgendes. Wir laden jetzt, nee, wir speichern das einmal ab. Als BD-Serie 01. Und öffnen jetzt das Nächste Setup. Und zwar das, was standardmäßig auf dem Auto drauf war. So, Serien-Setup. Also Serien-Setup heißt, das Setup, was RaceRoom vorgibt, ist geladen. Ich will euch nur kurz die Unterschiede zeigen gegenüber dem Setup, was wir eben gerade gefahren sind. Als erstes sieht man sofort, Bremse nach vorne gestellt. 52% vorne, 48% hinten. Dann Stubby. Stubby hatten wir eben gerade so gelassen. Da ist kein Unterschied. Spur vorne ist ein Tucken weiter auf. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen weiter auf. Und was wir als allererstes gleich sehen, vorne ist das Auto drei Zentimeter tiefer. Und, Alter, wir haben fünfeinhalb Grad Sturz vorne. Ja. Was bringt die reine Fahrzeughöhe an Performance? Ja, es sind zwei Sachen. Das ist einmal, logischerweise, drei Zentimeter tiefer ist in dem Moment auch der Schwerpunkt drei Zentimeter tiefer. Was extrem viel einfach ausmacht. Ich glaube aber, was in unserem Fall auch viel entscheidender ist, ist in dem Moment, wenn du, also je nachdem, ich gehe davon aus, dass die die Bodenfreiheit verstellen, wie es im echten Leben ist. Das heißt, du drehst das Fahrwerk hoch und runter. In dem Moment würde normalerweise der Ausfederweg mehr werden. Weil wenn das Auto im Nullzustand eingefederter ist, kann das Rad natürlich weiter ausfeder. Und gerade auf dem Bilzerberg, wo man über die Kuppen viel Ausfederweg braucht, macht das natürlich viel aus. Kann beim TCR Golf natürlich auch sein, dass ein- und Ausfederweg immer gleich bleibt, wenn man wirklich nur die Fahrzeughöhe ändert. Das weiß ich nicht. Hinten fährt er einfach nur vor Spur Null. Das heißt, die Räder stehen einfach nur gerade. Stabby hinten ein bisschen härter gemacht. Heckflügel ein bisschen mehr Aero hinten. Und hinten auch schon auf 4 Grad Sturz. Also das ist schon, das ist jetzt schon ein Setup. Achso, und ganz entscheidend, gucken wir uns einmal Sperre an. Ja, 75 Newton vorgespannt. Und mit einer absolut krassen Sperrwirkung. 61 Prozent, das ist in dem Fall die Sperrwirkung des Diffs, wenn sie dann arbeitet. Das quasi auf ganz zu. So, kurz erklärt. Jetzt geht's los. Let's go. Wir fahren. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da auf den ersten. Ja, ich merke es schon direkt in der ersten Kurve. Ja, das ist halt krass, dass es wirklich so einen Unterschied immer macht. Wäre jetzt peinlich, wenn es nicht schneller ist, aber. Das ist eine andere Sache, das sehen wir dann im nächsten Video. Besser anfühlen macht meistens immer schneller, weil man sich mehr traut. Aber nicht unbedingt, weil es schneller ist. So, was allerdings geil ist, wenn wir im normalen Trainingsmodus fahren, könnten wir es halt beobachten über die Reifentemperatur. Und da sieht man halt sofort, ob ein Setup ein Reifen auf Temperatur bringt oder nicht. Weil gerade bei den Frontantriebautos sind halt hinten die Räder das Problem, dass man die hinteren Räder auf Temperatur kriegen muss. Und da, da ist es halt schon so. Das war ja. Ja, erster Sektor und 06 schon schneller. Ja, das ist ganz anders. Also, gefühlt habe ich noch nicht einmal die Räder drehen. Nee. Und das ist auch immer das, was ich sage. Fangt ihr mit einem Track-Tool an zu spielen. Das Erste, was ihr machen müsst, selbst bei Serienleistung, ist leider schon eine gute Sperre vorne. Weil ohne Sperre kriegt man diese Dynamik in das Auto gar nicht rein. Ja, Kurvenausgang auch deutlich geiler. So, also wir fassen zusammen gleich von Anfang an schon Sperre, Kurvenausgang, Kurveneingang, wird jetzt auch Fahrzeughöhe sein. Dass das Auto natürlich dementsprechend einfach weniger wandt. Härterer Stubby vorne. Was hatten wir noch runtergestellt? Sturz. Ach so, das Einlenken wird natürlich der Sturz sein, der so krass hoch jetzt ist. Ich glaube, gerade jetzt im letzten Sektor muss das viel Zeit gebracht haben, auch das. Eine Sekunde schneller. Krass, also wirklich gleich die allererste Runde. Wirklich aus der Box raus, neues Setup, eine Sekunde schneller. Der Fairness halber würde ich trotzdem sagen, wir machen nochmal eine zweite Runde. Okay. Eben auch zwei Runden, jetzt auch nochmal zwei Runden. Einfach nochmal gucken, ob noch ein bisschen mehr geht. Aber witzig ist halt, dass genau das, was man sich so im Kopf überlegt, was man machen muss, damit so ein Setup so fährt, heißt mehr Sturz, Auto tiefer, Stubby anpassen, dass das gleich direkt diesen Effekt so hat, dass das Auto so viel besser fährt. Also da muss ich wirklich sagen, hätte ich niemals gedacht, dass das mit diesen einfachen Wegen auf dem Sim schon so gut geht, das zu zeigen. Einfach, weil es ist halt einfach Gold wert. Weil wenn ich überlege, ich will mit meinem Abarth Nordschleife fahren, müsste ich Tage an der Nordschleife verbringen, um das Setup auch physisch ändern zu können, weil du musst ja jedes Mal das halbe Auto zerlegen. Und hier ist es tatsächlich so einfach zwei, drei Klicks und ich kann schon mal ein Basissetup tatsächlich für dich machen. Aber krass, jetzt ist der erste Sektor genau gleich. Da sieht man mal, wie on point du die erste Runde gerade schon gefahren bist. Ja, also da ist bestimmt noch Luft nach oben, aber jetzt für... Aber das ist das, was einen guten Fahrer ausmacht, dass es halt darum geht, konstant zu fahren und jetzt nicht irgendwie 20 Anläufe zu brauchen für eine Runde, sondern halt schon ein Setup hinzulegen, was halt auch im ersten Anlauf gleich funktioniert. Das stimmt, ne? Das stimmt, ja. Ich bin natürlich auch kein Profi, aber ein bisschen Zeit habe ich hier auch schon verbracht. Bin ja mal gespannt. Die ganzen Leute können jetzt ja das Setup auch fahren und können selber auch hier einen Rekord fahren, was da so geht. Das war zum Beispiel echt auf Grenze gebremst schon, ne? Aber war genau richtig, ja. Ja, ein bisschen Zeit wollte ich noch rausholen. Aktuell sind wir so bei zwei Zehntel, würde ich sagen. Ja, das ist schon deutlich weiter hinten, das Auto. Nochmal eine halbe Sekunde. Das ist schon noch ordentlich Holz. So, 1,45,7. Auch im zweiten Anlauf. Das heißt, 1,45,7 haben wir jetzt gegenüber dem letzten Top-Wert anderthalb Sekunden rausgeholt. Wir waren bei 1,47 Piep, jetzt gerade eine Sekunde und noch mal eine halbe Sekunde schneller. Es ist aber auch wirklich jetzt ein ganz anderes Auto geworden, ne? Ja, mit denen ein paar Klicks, ne? So, jetzt geht's los mit unserem Spezial-Setup. Was würdest du dir wünschen? Also, was denkst du, wo könntest du noch Zeit holen auf der Strecke? Ich könnte bestimmt noch Zeit holen, wenn das Heck noch mehr rotiert. Also, irgendwie, dass das Heck einfach ein bisschen in die Kurve mit rein ist. Besser einlenkt. Ja. Also, dass du als Fahrer eher das Gefühl hast, dass du in die Kurve reinfährst und automatisch schon einen Scheitelpunkt guckst, obwohl du eigentlich gerade ausguckst, dass einfach das Auto sich so mit reindreht. Genau, dass es in der Kurve noch ein bisschen mehr rotiert. Okay, das heißt, Bremse... Die Bremsbalance würde ich tatsächlich sogar wieder auf 50,50 machen. Genau, das hätte ich jetzt auch... Oh, 0,100. Da haben wir ja in diversen Abarth-Videos schon festgestellt, dass man schon relativ viel hinten bremsen muss. Ja, also das merke ich ja immerhin auch, wenn die Bremse weiter hinten ist, dass ich ja auch automatisch besser in die Kurve rein rotiere. Genau, weil es sind zwei Aspekte. Einmal, das Auto wird hinten runtergezogen, durch die Bremse einfach. Und zweitens, natürlich wird die Hinterräder werden mehr an ihre Traktionsgrenze gebracht, wenn du stärker bremst. Das heißt, du kannst sie einfacher in die Kurve rein rutschen lassen, vorliegend gesagt. So, das heißt, okay, wir gehen hier zurück auf 50,50. So, jetzt ganz interessant, Stabby vorne. Stabby vorne würde ich jetzt mal auf maximal weich machen. Ich muss hier leider zur Sicherheit einmal in mein Telefon reingucken, bevor wir kompletten Nonsens machen. Was krass ist, ich sehe gerade, dass der Wert des Stabys schon krass weich ist. Also, das heißt, wir haben dieses Setup wirklich tatsächlich für den Opel noch nicht rausgefahren. Wir haben das mit anderen Autos schon gemacht. Ihr habt es gesehen mit dem TCR Golf. Das heißt, wir versuchen das jetzt mal so zu übernehmen und müssen sonst individuell gleich noch ein bisschen anpassen. So, wir fangen mal an mit Stabby ganz weich. Vorne die Räder auf, ein bisschen weniger, dass sie ein bisschen weiter zustehen, aber schon noch offen. Anschließend natürlich das Auto wieder vorne. Tatsächlich, jetzt kommt es. Wir machen das Auto vorne ein bisschen höher. Jetzt wird sich der eine oder andere sagen, warum. Liegt einfach daran, dass ich gemerkt habe bei dem Abarth, dass der am besten fährt, wenn der Arsch hängt. Weil wenn der Arsch hängt bei so einem Auto, kannst du das Auto noch besser runterbremsen hinten. Wenn der schon so steht, fängst du ein bisschen zu bremsen und der macht eher so. Und dann ist das Auto unfahrbar. Deswegen gehen wir da eher mal auf ein bisschen mehr. So, da erhöhen wir ein bisschen die Bodenfreiheit. So, jetzt Radsturz. Ein Riesenthema. Das Auto fährt jetzt gerade 5,5. Ich bin der Meinung, dass man auf der Strecke gar nicht 5,5 Grad Sturz vorne braucht, weil viel Sturz ist zwar in schnellen Kurven geil, in langsamen Kurven mit viel Kuppen, nimmt aber viel Sturz natürlich auch die Auflagefläche des Reifens auf dem Boden beim Beschleunigen. Das heißt, man kommt über die Kuppe rüber und mit 5,5 Grad fährt man wirklich nur noch innen auf ein bisschen, auf ein ganz bisschen. Deswegen würde ich jetzt Folgendes machen. Wir gehen zurück auf 4 Grad mit dem linken Rad. Und da der Bilzer Berg dafür bekannt ist, dass es viele Linkskurven sind, machen wir auf dem rechten Grad asymmetrisch, äh, auf dem rechten Rad ein bisschen mehr Sturz. Kann man das verstehen? Ich glaube nämlich nicht. Ah, doch geht. Wir müssen hier einen Knopf drücken. Ah, okay. Wir müssen hier einen Knopf drücken. Das heißt, wir machen jetzt 4 Grad und 4,5 Grad für die Linkskurven. Auf der rechten Seite ein bisschen mehr Sturz. Das wäre übrigens ein Punkt, wo wir im nächsten Video, hier unten links sieht man den Reifendruck und die Temperatur. Daran wird man sehen, ob man zu viel oder zu wenig Sturz hat, weil es tatsächlich losgeht, dass der Reifen sich zum Beispiel rechts wärmer fährt als der linke. Oder außen mehr fährt. Das heißt, man muss mehr Sturz machen und so weiter. So, jetzt Heck. Das wird das Entscheidendste sein. Wir machen die Spur auf. In dem Moment, wo wir die Spur aufmachen, und das nicht unerheblich, wird das Auto natürlich deutlich, deutlich unangenehmer zu fahren. Wir gehen gleich mal volles Karacho rein, 1,5 Grad die Spur auf. Das heißt, die geht wirklich so auf. Heckflügel ist jetzt so ein bisschen Sache. Heckflügel würde ich mal auf 0 stellen, weil wir können bei dem Auto tatsächlich einen Minuswert einstellen. Das heißt, es kann sogar passieren, dass das Heck hochgehoben wird. Deswegen machen wir da lieber 0. Den Stubby hinten machen wir gegenüber dem Serienwert auch weicher, dass das Auto mit der weiten Spur offen trotzdem noch wanken und rollen kann und somit halt die Traktion auf jeden Fall behält. So, dann Bodenfreiheit. Machen wir tatsächlich hinten tiefer. Das heißt, das Auto wird nachher hinten tiefer sein als vorne. Machen wir einen Zentimeter runter. Und jetzt kommt das Entscheidende, den Radsturz hinten machen wir hoch. Das heißt, wir fahren hinten mehr Sturz als vorne weniger, hinten mehr. Das heißt, Ziel ist es jetzt dabei, eine Hinterachse hinzukriegen, die in die Kurve einlenkt, somit die Kurvengeschwindigkeit erhöht werden, aber das Auto trotzdem noch fahrbar bleibt und nicht komplett abkackt. So, und jetzt letztes. Gucken wir uns noch einmal die Sperre an. Ist eh schon auch voll zu vorgespannt. Ich würde sie noch einen Tucken mehr vorspannen. Einfach dafür, dass wir halt bei der Strecke, wo es viel hoch und runter geht, das heißt, wenn das Auto entlastet ist, brauchen wir diese Vorspannung, weil die Vorspannung ist quasi in dem Moment der Wert, wie das Diff eh schon vorgespannt ist und dauerhaft gesperrt ist. Das ist zum Einlenken immer schwierig, weil wenn du es komplett aufmachst, lenkt es natürlich am besten ein, weil beide Räder voneinander gekoppelt sind. Aber sobald man so ein bisschen über Kuppen im Infield und so weiter fährt, mein Bauchgefühl sagt mir, dieses Setup, wir speichern das mal ab, müsste auf dem ersten Sektor deutlich, deutlich besser sein. Im letzten Sektor wird es schwieriger zu fahren sein durch die natürlich offene Spur hinten. Sobald es schneller wird, natürlich ein bisschen kritischer wird. So, jetzt ist es wichtig, dass du gleich auf den allerersten Metern auf jeden Fall sagst, was so abgeht. Ja, genau. Merkst du den Unterschied? Ja. Also optisch war es jetzt nicht so vorzusehen. Ja, ich habe schon gemerkt, dass es Heck auf jeden Fall denkt mal bedingt durch die Spur hinten. Ja, man darf nicht vergessen, Leute, von 0 auf 1,5. Das ist schon wirklich viel. Also das wird man optisch auch sehen. So, und hier, glaube ich, wird man es jetzt das erste Mal sehen, wie das Auto einlenkt. Wir haben vorne ein bisschen untersteuern. Also wenn wir vorne jetzt ein bisschen untersteuern haben, kann es tatsächlich sein. Oh, da kann man sogar beim Bremsen schon leicht im Heck, ne? So, 0,4 langsamer. Würde ich jetzt aber erstmal nichts werten, weil meistens ist es so, ein wirklich schnelles Setup ist auch immer nicht so ganz einfach zu fahren. Weil es ziemlich scharf ist am Ende. Und man darf auch nicht vergessen, wir nehmen als Referenz gerade da eine zweite Runde mit dem Setup, ne? Also würden wir jetzt nach der ersten Runde gehen mit dem alten Setup, war es definitiv mit dem Setup gleich schon schneller. Also über den Curb fährt das Auto gefühlt deutlich besser rüber. Ja, krass ist, man sieht auf der Geraden die offene Spur hinten, weil das Auto tatsächlich langsamer beschleunigt. Dadurch, dass die Spur einfach auf ist, rubbelt er natürlich die ganze Zeit über die Räder. Oh, hier geht es mal im Slide rein. Also in dem Bereich fährt das Auto schon deutlich besser da gerade rum, ne? Ja, aber es ist wirklich nicht einfach zu fahren. So, erste Zeit, halbe Sekunde langsamer. Ja, okay. Ich würde sagen, da müssen wir Setup machen. Wir brauchen eine stärkere Vorderachse. Wie kriegen wir die Vorderachse stärker? Indem wir, ja, also erstmal würde ich zwei Sachen machen. Ich würde das Diff wieder einen Tucken weiter aufmachen. Das ist beim Einlenken auf jeden Fall besser machen. Dann braucht dieses Auto scheinbar tatsächlich doch mehr Sturz vorne fürs Einlenken. Und ganz wichtig, wir brauchen mehr Gewicht auf die Vorderräder. Deswegen war dieses Auto vielleicht auch vorne ganz tief, dass wir ihn vorne ein bisschen runter machen. Ja. Die drei Sachen testen wir jetzt auch. Also, was wollen wir erreichen? Wir wollen die Vorderachse verstärken. Das heißt gar nicht unbedingt immer, dass wir uns zu sehr mit der Vorderachse beschäftigen sollten, sondern vielleicht auch uns die Hinterachse nochmal anschauen sollten. Ich würde vorschlagen, wir fangen an. Stabby vorne lassen wir, weil ein härterer Stabby wird es noch mehr untersteuern lassen. Spur lassen wir auch so. Federn lassen wir so. Bodenfreiheit. Es wird einen Grund gehabt haben, warum der vielleicht serienmäßig hier auf dem Boden liegen soll vorne. Da gehen wir definitiv mal auf die acht Zentimeter Bodenfreiheit zurück. Also wir machen das Auto tiefer. Genauso Radsturz ist jetzt ein bisschen Glückssache. Müsste man über Reifentemperatur genau rausfahren. Da gehen wir aber einfach mal einen halben Grad mehr auf viereinhalb und fünf Grad. Genauso würde ich jetzt anfangen an dem Fahrwerk ein Tucken was zu verstellen. Man darf immer nicht zu viel verstellen, sonst wissen wir nicht, was es war. Das heißt, ich mache immer nur einen Klick. Tendenziell, wenn wir die Vorderachse unterstützen wollen, würde ich ihn in dem Low Speed, also in dem, wenn man einlenkt, würde ich ihn ein bisschen weicher machen, dass das Rad in dem Moment eher Bodenkontakt hat. Das heißt, wir machen Low Speed Druckstufe einen Klick weniger und genau so machen wir aber die Zugstufe auch einen Klick weniger. Das heißt, dass auch dort das Rad einfacher, also das innere Rad einfacher runterfällt. Jetzt viel entscheidender ist Thema Heck. Thema Heck wollen wir ja, also wenn man das Heck entlastet, macht man somit die Vorderachse logischerweise auch wieder steifer und je härter wir die Achse machen, je mehr drückt das Gewicht vorne drauf. Also als Beispiel eine harte Hinterachse hat zur Folge, dass der Hebel auf die Vorderachse drückt und somit die Traktion vorne mehr wird. So, das heißt, wir machen Stabi einen Klick härter, Spur machen wir einfach nochmal ein Atömchen weiter auf, weil ich der Meinung war, dass das Ding echt noch safe gefahren ist. Das heißt, wir gehen mal auf 1,8 Grad. Manche fahren tatsächlich eher schon in Richtung 2 Grad, das ist schon wirklich krass. Flügel lassen wir so, Bodenfreiheit lassen wir so. 5 Grad Sturz brauchen wir bei dem Auto vielleicht tatsächlich auch nicht, weil der so safe hinten fuhr. Da gehen wir mal zurück auf 4,5. Und dann gucken wir uns nochmal an, auch hier das Fahrwerk. Dort muss die Druckstufe hoch sein, weil wenn er einfedert, soll er hinten hartfedern und somit auf die Vorderachse knallen. Das heißt, wir setzen hinten einfach mal die Druckstufe ein hoch als auch die Zugstufe ein hoch. Zugstufe ist ausfedern, dass das Auto beim Bremsen und über Kuppen fahren auch tendenziell nicht zu schnell hinten ausfedert. Also wir machen quasi komplett Vorder- und Hinterachse genau unterschiedlich in kleinen Steps. Und als letztes machen wir tatsächlich das Differenzial von 85 Nm mal auf auf 70 Nm. Da gehen wir eher auf safe, dass das Auto geil einlenkt. vielleicht ein bisschen durchdreht, aber am Ende einfach geil funktioniert. So, das Ganze speichern wir uns ab und dann geht's los. Boah, fährt der echt ganz anders. Nein, Spaß. Ich hab's gerade kurz geglaubt. Okay, doch, aber schon in der ersten Kurve merkt man's dann eigentlich immer. Ich fand, man hat in der ersten Kurve gleich auch schon gemerkt, dass er beim Rausfahren schon wieder mehr durchgedreht hat. die macht er gut. die hier geht jetzt. Jawohl, das ist genau. Also hier hat man's ganz stark gesehen, dass man gar nicht mehr so dieses Nachlenken hat, weil das Auto nicht weit genug in die Kurve fährt, sondern man nochmal nachlenkt, weil man will weiter nach innen, sondern das Auto eher gleich das macht, was das Lenkrad sagt. Da haben wir schon den ersten grünen Sektor. Da sind wir echt auf Andi und Zehntel schneller als unsere absolute Top-Zeit. Das darf man einfach immer nicht vergessen. Aber da sieht man mal tatsächlich, was dieses Spiel einen bringt in Sachen Setup. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich das mit dem Abobard live vor Ort fahren müsste, ja, das ist wirklich schon, alleine weil man ja auch mechanisch umbauen muss, da kann man nicht mal eben irgendwas härter oder weicher machen. Jetzt hoffe ich, dass wir hier nicht so weit rausgekommen sind. Aber krass, also 0,3, 0,4 sind das gerade schon. Okay, das ist noch gültig. 0,3, ja. Ja, also es fährt jetzt schon wieder deutlich. Es fährt immer noch schwerer, aber muss es glaube ich auch. Aber ist es dir jetzt spitz genug oder ist es gerne noch spitzer? Ich glaube, wenn ich jetzt noch 5, 6 Runden fahren würde, würde ich es sogar noch spitzer machen. Das war auf jeden Fall gerade schon der erste Slide, also da spitzer machen wird schon krass. Okay, jetzt habe ich mich ver... Toi, das wird nichts, ich habe mich verscheidet. Ah doch, immerhin. 5 Wunderste. Okay, wir brauchen aber noch eine Runde, weil es war tatsächlich... geht noch schneller. Es war tatsächlich gerade ein Slide und dann noch einmal Begrenzer, aber krass, dass ein Begrenzer so viel ausmacht, ne? Ich weiß nicht, ob man es gerade gesehen hat, wie man sieht den Geist immer im Spiegel und es war auf der Geraden nur einmal im Begrenzer gefahren und das waren 3 Zehntel, würde ich sagen, so ungefähr. Hätte ich gar nicht gedacht, 2 Zehntel war es auf jeden Fall, dass ein einziger Schaltvorgang so viel ausmacht. Ja, also man merkt auf jeden Fall, das Auto ist beim Einlenken viel stabiler, du kannst viel früher aufs Gass schon wieder gehen. Es rotiert in der Kurve. Natürlich muss man auf der Bremse aufpassen, dass auf einmal das Heck eigentlich überholt, ne? So wie zum Beispiel gerade auf dem Ziellaufer. Was geil zu beobachten ist, jetzt erster Sektor war 1 zu 1 die Zeit wie in der letzten Runde. Die Frontantrieb-Romantik. Ja, eigentlich war Nico absolut kein Frontantrieb. Nee, aber langsam muss ich es haben. Ich finde es schon geil. Langsam gehört man sich dran. Noch mal ein Zehntel. So, jetzt den kleinen Quersteher. Wahnsinn, aber es ist schon echt Grinze, ne? Es wird auf jeden Fall eine Verbesserung rein. 4 Zehntel noch. Ich will noch eine. Jetzt macht es erst Bock. Also wir haben eine Kurve, wo es immer ganz fertig ist. Das ist tatsächlich die Kurve, die live mit dem Abort auch am schwierigsten ist. Das ist nach der Gegengerade das S. Geht ja auch an Track Limits. Nach der Gegengerade dieses S, wo wirklich gefühlt beim Anbremsen das Heck da schon kommt. Dann müsstest du ja entweder gucken, ob die Bremse vielleicht einen Klick weiter nach vorne macht. Mhm. Ansonsten sind wir aber definitiv mit dem Setup auf dem richtigen Weg. Aktueller Stand 5 Zehntel schneller als das serienmäßige Setup. noch mal 2 Zehntel. 4 Zehntel Aber krass, das sind nochmal wieder vier Zehntel, fünf Zehntel. Der Geraden merkt man, wie das Auto anfängt links-rechts zu fahren. Also da ist die Spur schon echt grenzwertig. Das stimmt, ja. So, jetzt mal gucken, wie ich hier durchkomme. Ja, das ist sehr gut. Also dort Bremsballons, sehr entscheidend. Aber krass, was ein Klick ausmacht, ne? Okay, es waren nicht zwei Klicks, aber es war 1% so gesehen. Jawohl, guck, dritte Runde. Haben wir eine Zeit nochmal von 18, der neue Rekord, 1,44,4. Jawohl, es gibt erstmal einen High Five hier. Das heißt, wir haben auch somit den Bilzerberg TCR-Rekord gebrochen. 1,44,4. Das Setup speichern wir uns so jetzt ab. Ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf gerade, aber so grob. Wir hatten ja über eine Sekunde rausgeholt zwischen Serie und dem vorgeschlagenen Setup. Und jetzt gerade haben wir ja auch nochmal über eine Sekunde rausgeholt. Eben gerade waren wir acht Zehnte und vor vier Zehnte. Schneller, also auch 1,2 Sekunden. Aber sonst würdest du sagen, rundmäßig schon waren alle gewerteten Zeiten, die wir jetzt haben, waren jetzt nicht irgendwie das irgendwo ein krasser Fahrfehler drin, sondern die waren schon relativ rund und auch relativ am Limit gefahren. Natürlich wird nachher, wenn das Ganze online geht, wird diese Zeit nochmal einer unterbinden. Garantiert. Ja, definitiv. Muss. Weil da noch was zu holen ist. Niko wird mit Sicherheit nachher auch nochmal wieder die Zeit verbessern. Aber ich würde sagen, wir lassen erstmal die Zuschauer fahren. Und dann kannst du es nochmal nachlegen. Ich hoffe doch. Und es ist schon krass, was man am Ende rausholen kann. Weil zwischen komplett Serie und passend drei Sekunden. Aber es war, das wollten wir zeigen, es ist nicht so, dass es eine Garantie für das Setup gibt. Also am Ende muss man, man weiß in welche Richtung es geht, aber das sind so kleine Nuancen, die man verstellt, dass die Balance halt am Ende einfach passend muss. Ja. Und dafür ist es halt einfach geil, weil man halt wirklich schnell und einfach vor der Hinterachse Sachen ändern kann und gleiche Ergebnis sieht. Ja. So viel vom Bilzer Berg. 1,44,4 mit dem Opel Astra. Wenn ihr Bock habt, zockt auch ein bisschen RaceRoom. Mal gucken, wie das Video ankommt. Mal gucken, ob ihr Bock habt. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollen würdet. Ich würde als nächstes mal Thema Reifentemperatur machen. Das heißt, wir fahren mit dem Auto mit kalten Reifen los und gucken, wie die Temperatur sich entwickelt, weil da werden wir ganz was anderes sehen. Weil wir müssen Temperatur in die hinteren Reifen kriegen. Das kriegen wir so definitiv nicht, weil die Hinterachse ist jetzt so lasch und fährt so einfach hinterher, dass ich sage, dass man Reifen gar nicht vorhanden kriegt. So. Und dann fängt man nämlich wieder von vorne an. Man muss nämlich auch einmal gucken, wie kriege ich Temperatur in den Reifen. Ja. Ja. Geile Nummer. Vielen Dank an CaseKing für den dritten Monitor. Das hat es auf jeden Fall nochmal deutlich reeller gemacht. Sagt man das so? Egal. Das macht Bock. Das kann sein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Zwei mal. Jaja. Tja, danke.